Sind wir in der Runde? Ja, sind wir. Okay, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Sky Wars. Mit dabei hab ich den Glusti. Hi. Wie ihr es wahrscheinlich schon in der Facecam gesehen habt, hallo, spielen wir heute die Blinde-Cue-Challenge. Das heißt, Glusti muss mir sagen, was ich machen soll. Ich fliege mich am besten mal, dass ich die gleich runterfahre. Okay, ich droppe dir Sachen ins Inventar. Scroll einfach mal durch und versuche sie dir irgendwie anzuziehen. Ja. Ja, okay. Dann muss ich jetzt einen schönen Weg bauen. Ähm, wo kann ich hinlaufen? Ja, Moment. Ähm, nein, nein, nein. Was? Wo, was? Ja, ja. Jetzt dreh dich ganz langsam. Ja, in die Richtung. Okay. Du musst so dumm ausschauen, was wir da gemacht haben. Tschuldigung. Okay, jetzt nach links. Nach links, nach links ein bisschen. Nicht nach links drehen. Du kannst ruhig wieder zurück, aber nach links drehen halt. Ach, nein, 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 nein. Ich lauf noch nach links. Ja, was denn? Ja, wo denn hier? In die Richtung. Ja, wo ist denn hier? Hä? Und hier bist du. Ja, da. Okay, dann dreh dich nach rechts ein bisschen. Ja, und jetzt geradeaus. Okay. Okay, ein bisschen nach rechts. Nach rechts? Ja. Du stehst gerade an so einer Kante. Ich slieb doch. Ja, ein bisschen nach rechts, ja. Okay. Okay, ein bisschen nach links wieder. Ja? Ja, und dann laufen. Okay, rechts. Was brauchst du für ein Weg? Ich bin schon mal bei der einen Hälfte angekommen. Dann plapp ich dir mal einen Helm. Ja, hörst du ihn auf. Okay, gut, dass ich meine Hotkeys kenne. Ich habe vor allem meine Finger versucht zu platzieren. Okay. Bin ich wieder auf meinem Stick? Okay. Äh, ich muss mal schauen. Moment. Ich habe meinen Stick in der Hand. Weh, wenn es so ist, ich schlage halt vom Küsschen. Das ist mal so dumm ausschauen. Ich stehe hier irgendwo drum und schlage. Okay, ich haue doch ab. Ich haue doch ab. Ich haue doch ab. Ah, hier, hier. Okay, es kommt. Wo, 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 wo? Das hat sich gedacht. Okay. Was? Mach mir keine Ahnung. Okay, er kommt wirklich. Er kommt wirklich. Ich muss sich schützen. Tryhan. Kombo. Was? Nein, nein. Ich kriege Schaden. Die Richtung. Was? Schlag. Ich schlag. Nein, du bist tot. Okay, Leute. Wir versuchen gar nicht, die Wunden zu gewinnen. Wenn wir sie gewinnen, wäre das natürlich Premium. Aber schauen wir mal, was passiert. Okay, ich habe hier wieder ein bisschen equipped für dich. So, so, so. Versuch es einfach mal anzuziehen. Dann baue ich. Hab ich es wieder anzogen? Ja, hast du. Okay. Ein bisschen nach links. Nicht so weit. Wieder ein bisschen zurück nach rechts. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Okay, und jetzt sneak mal geradeaus weiter. Ich glaube, das sollte... Oh Gott, ich wäre hier fast selber runtergefahren. Wäre ich den Weg noch nicht fertig gemacht. Du musst ja auf dich auch achten. Nenn bloß auf mich. Okay. Ja, du kannst weiter geradeaus normal laufen. Und du kannst mir mal vertrauen. Ich sneak einfach. Okay, alles sicher. Alles sicher. Das musst du dir mal vorstellen. Du siehst nichts. Du unterweckst einfach nur Tast. Oh, warte. Oh, warte. Oh, warte. Oh, was? Was? Wo? Was? Nein. Ich muss in deiner Sicht. Ich muss in deiner Sicht. Äh. Oh. Oh, okay, das war's. Nehme ich noch? Er hat sich hier einfach hingepillt mit einer Enderperle. Ich bin tot, oder? Ja, das ist jetzt eine andere Map. Ich lass dich erst mal kurz da. Ähm, damit ich hier ein bisschen bluten kann. Und dann den Weg drüber fahren. Ich stehe sowas von an der Kante, oder? Ich weiß es gerade nicht. Sei einfach vorsichtig. Bitte. Mach nichts Unüberlegtes. Ähm. Wo bist du? Ich keine Ahnung. Du bist total gefahren. Ich sneak doch! Geer, wo bist du? Ich weiß es. Neh mich noch. Das sieht nicht so aus. Ich bin nicht in irgendeinem. Warte, ich guck mal kurz. Ja, ich bin runtergefahren. Ich sneak doch! Was ist denn da los? Ne. Okay, Geer. Wir sind wieder auf derselben. Ganz vorsichtig. Bevor du weg gehst, schau mal, ob ich sneak. Jetzt sneakst du. Okay. Safety first, Leute. Nichts Überlegtes. Nichts Unüberlegtes machen. Ich baue einfach unter mir Blöckee auf. Du hast dich! Ja, ich boxe den Himmel, der war böse. Ich hab dir hier ein bisschen was gedroppt. Versuch das mal irgendwie anzuziehen. Ja, perfekt, perfekt, perfekt. Okay. Geh weg. Dann, du brauchst mal kurz einen Weg. Okay, jetzt kommt dir jemand in der Ender-Peddle, dann rast dich aus. Okay. Okay. Bis nach links. Also nicht drehen. Wieder ein bisschen nach rechts. Äh, leider, leider, leider. Weiter in die Richtung schauen. Einfach geradeaus. Dann nach links, nach links, nach links. Ja. Ja. Weiter, weiter, weiter. Das fühlt sich so... Nur nach links, nicht nach vorne, nur nach links. Nur nach links. Das fühlt sich so merkwürdig, ja. Okay, dann schau wieder ein bisschen nach rechts. Nach rechts, nach rechts, nach rechts. Und dann nach vorne. Wieder ein bisschen nach links schauen. So, nur schauen. Ja. Ja. Du kannst dich nach vorne sneaken. Okay. Okay, jetzt bist du... Okay. Du musst eine 180 Grad Drehung. Oder so. Waren die schon 180? Du vertreibst das 60. Was? Ich hab so nur ein ganz kurzes Ding gemacht. Stopp. Okay, dann sneak einfach nach vorne. Vorne. Okay. Stopp. Stopp. Dann musst du jetzt nach links schauen wieder ein bisschen. Oh Gott, da kommen die Gegner. Okay. Hitte. Schlag. Nein. Ich schlag doch. Ich schlag doch. Ich schlag doch. Was ist da los? Lebe ich noch? Nein. Du bist... Ich brauch bessere Anweisungen. Okay, Leute. Letzte Runde. Jetzt wird rasiert. Auf Ansage. Geradeaus nach vorne. Ich hab sogar noch schwierigere Bedingungen. Ich hab nen Faden vor meiner Augenbinde im Mund. Schmeckt total seltsam. Okay, weiter, weiter, weiter. Hey, da kommt jetzt schon wieder jemand. Okay. Jetzt einmal springen. Nach vorne. Achso. Ja, okay. Jetzt kannst du weiter nach vorne laufen. Ja. 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 Jetzt musst du einmal das Sneakentaste loslassen, dass du da runter kommst. Okay. Perfekt. Okay. Perfekt. Perfekt. Dann droppe ich dir mal eben etwas. Ich hab keine Ahnung, auf welchem Map wir gesetzt sind. Ja, wir sind auf Barida. Ja, Barida. Okay. Wenn du dich dran erinnern kannst, da ist in der Mitte dieser eine ähm... Also in der Vormitte ist der... Ja, ja, ja. Jetzt weiß ich. Bin ich gerade auf der kleinen Vorinsel? Ja, auf der kleinen Vorinsel. Okay. Okay, und du bist gerade an der Kiste. Ich glaub, du musst da jetzt erstmal weggehen. Nein, ich schau da jetzt noch rein. Schau ich in die Kiste? Ja. Jetzt bin ich noch bei der Kiste. Ja. Ich guck einfach ab. So. Okay. Jetzt musst du einfach nach rechts laufen. Einfach nur. Nur nach rechts laufen. Okay. Stopp, stopp. Bin ich runtergefallen? Nein! Hahaha. Okay. Das... Das ging so schlecht. Gut. Gut, Leute. Ich glaub, besser wird das nicht mehr. Ich glaub, die Challenge ist zu hart für uns. Hahaha. Oh Gott. Oh Gott. Aber es ist definitiv eine der witzigsten Challenges aller Zeit. Was sagst du, Glastik? Also... Ja, es ist... Es ist halt so lustig, aber auch wirklich so schwierig, dass überhaupt... Überhaupt diese Anweisungen sind auch so schwierig. Ich mein, aus deiner Perspektive ist es noch schwieriger. Ja. Aber aus meiner Sicht ist das gar nicht so leicht. Also... Ich weiß nicht, ob es machbar ist. Ich glaub, es ist machbar. Wir stellen uns gleich groß zu guter. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schaut auf jeden Fall mal beim Glastik vorbei. Den verlinke ich euch noch. Und... Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ich bin jetzt sogar noch so runter. Wo ist mein Knopf, um die Aufnahme zu beenden? Ja. 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 Ja.